Moooooi Jungs, da bin ich wieder euer Zeddy und wie ihr den Elektroschocker in den freien Modus bekommt, erfährt ihr direkt nach dem Intro. Und das einzige was ihr machen müsst, ist einfach den Job, den ich euch unten in die Videobeschreibung verlinkt habe, einfach im Social Club markieren. Es geht leider nur für die PS4, es tut mir echt leid für die anderen. Aber wenn ihr das dann markiert habt, dann geht ihr einfach nur unter Jobs, unter Markierte, unter Capture und startet dieses Capture, wo ich euch jetzt hier gerade eben zeige. Und dort ist es ganz wichtig, dass ihr auf in Besitz und aufnehmbar macht und dass ihr das Ganze aus einer öffentlichen Lobby startet. Und stellt am besten einfach nur eine Runde ein, damit ihr das Ganze gleich habt, damit ihr dann nicht ewig lang spielen müsst. Jetzt ladet ihr einfach noch einen Kumpel oder einen Random ein oder so, spielt gar keine Rolle und startet den Job dann einfach. Sobald der Job dann gestartet ist, müsst ihr unbedingt hier an diese Stelle hin rennen, weil dort befindet sich dieser Elektroschocker. Den müsst ihr natürlich aufsammeln und wenn ihr euch den dann geschnappt habt, dann müsst ihr einfach nur die Pakete abgeben, wo ihr dann links auf der Karte seht. Spielt einfach den Job nur zu Ende, bewertet den Job natürlich mit einer positiven Bewertung, so wie ihr das Video hier natürlich bewerten könnt. Und danach geht ihr einfach wieder zurück in freien Modus und bam, habt ihr den. Es ist leider nicht sitzungsübergreifend, das heißt sprich, wenn ihr jetzt irgendeinen Job startet oder die Lobby wechselt, dann verschwindet der natürlich auch wieder. Also ihr könnt den natürlich nicht speichern und dauerhaft besitzen. Aber ich finde einfach mal, das könnt ihr auf jeden Fall mit Kumpels mal ausprobieren, um mal ein bisschen Spaß im freien Modus zu haben. So, das war es auf jeden Fall mit dem Video und ich bin jetzt an der Stelle raus und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen schönen Start in die Woche. Ich bin an der Stelle raus, Jungs, haut's rein, macht's gut, ciao, euer Zeddy.